Nahrungsergänzung, wir reden darüber, brauchen wir die wirklich? Deshalb die Frage an dich. Nahrungsergänzungsmittel, das ist ein grosser Markt. Braucht es Vitamine und Mineralstoffe wirklich? Muss ich die zu mir nehmen? Wenn du völlig gesund bist, dann brauchst du wahrscheinlich nichts. Aber 100% gesund sind leider die wenigsten. Und das hat mit Mangel an Mikronährstoffen zu tun. Man kann sich gesund ernähren, das denken viele. Und denken, ja, das ist ja gut. Das wird auch immer wieder gesagt in den Medien, wenn du dich gesund ernährst, dann hast du alles. Es gibt aber genügend Studien, die zeigen, wie in den letzten 50, vielleicht 70 Jahren, die wichtigen Mineralstoffe und Mikronährstoffe in Gemüsen und Früchten deutlich abgenommen haben. Ich habe Studien gesehen, wo der Gehalt an gewissen Mineralien, Magnesium oder Mangan oder Silizium oder solche Dinge, an die niemand denkt, dass bis zu 80% weniger drin ist als vor 70 Jahren. Und warum ist das so? Ja, das hängt zusammen mit der modernen Produktion. Wir haben Monokulturen, es wird gespritzt, wie es zum Geht nicht mehr geht. Es wird getrieben, Tomaten werden getrieben in Treibhäusern. Wenn du eine Pflanze treibst, dass sie schneller wächst, hat sie ja gar keine Zeit, aus der Wurzel alle diese Nährstoffe aufzunehmen. Es hat zu tun mit der Massenproduktion, um die Menschen überhaupt zu ernähren, auf Kosten des Gehaltes von wichtigen Mikronährstoffen. Man liest aber ausgewogene Ernährung, ist wichtig und wenn du das tust, dann ist okay. Also das hört sich für mich an, weniger Burger, ein Bier weniger, ein Cola weniger, dafür ein Rübli und einen Salatteller und dann ist okay. Das ist ja das offizielle Statement. Das ist die offizielle Version, dann ist alles okay. Es ist sehr viel besser, keine Frage. Ich sage immer, auch schon den Kindern, anstatt ein Stück Kuchen, esst du einen Apfel. Als Zwischenmahlzeit. Aber die wenigsten machen das. Und du weisst selber, wie schwierig es ist, Kindern Gemüse und Salat unterzujubeln. Also gehen wir jetzt mal von Erwachsenen aus, die sich bemühen, gesund zu essen. Die sind wesentlich besser dran, als jene, die nur Hamburger und Bier zu sich nehmen. Das ist keine Frage, das ist schon einmal ein grosser Fortschritt. Aber um wirklich gesund zu sein, durch und durch gesund, braucht es heute noch mehr. Wie ich gesagt habe, weil die Mengen an wesentlichen Mikronährstoffen einfach zu gering sind. Das heisst also, wer braucht wirklich Nahrungsergänzungsmittel? Dann sagst du, das sind schon eben Leute, die ein Krankheitsbild haben, die sind nicht so gut unterwegs. Sind das ältere Menschen und kranke Menschen und eben Leute, die unausgewogen ernähren. Und die 30-Jährigen, die genügend Salaten, Drübli essen, die brauchen keine Nahrungsergänzungsmittel. Ja, weisst du, man kann nicht der ganzen Bevölkerung Nahrungsergänzungsmittel aufschwatzen. Weil viele denken, das brauche ich ja nicht. Und das ist für mich auch in Ordnung. Aber wenn man schaut, wie viele Menschen krank sind, wir wissen, dass etwa 80% der Senioren eine schwerwiegende Krankheit haben. Die kommt nicht von ungefähr. Wenn man die Biologie des Menschen anschaut, was passiert in einer Zelle? Da geht gar nichts. Die funktioniert nicht optimal, wenn gewisse Mikronährstoffe fehlen. Und deswegen werden so viele Menschen krank. Aber die meisten Leute denken nicht an Vorbeugung, an Prävention von Krankheiten, sondern sie kommen erst, wenn sie schon krank sind. Und da könnte man viel verbessern, wenn man schon in früheren, jüngeren Jahren sich mit diesen Fragen auseinandersetzt. Aber es ist nicht mein Credo, alle müssen Nahrungsergänzung nehmen. Das sage ich ja nicht. Aber es macht sicher Sinn, sagen wir mal, ab 50 sich vermehrt mit seinem Körper zu befassen. In der Theorie absolut, das leuchtet ein. Aber ist es auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass ein Mangel an Mikronährstoffen zu Krankheiten führt? Ach ja, natürlich. Nur ist das in der Medizin eben nicht im Vordergrund. In der Medizin lernen wir, welche Medikamente bei diesen Krankheiten hilfreich sind. Aber wir müssen lernen, den Menschen als biologisches Wesen wiederzusehen. Ich habe mich mit vielen befasst. Ich glaube, dass etwa tausend verschiedene Krankheiten nichts anderes sind als Mangel an wesentlichen Mikronährstoffen. Die könnte man alle vermeiden. Gibt es da aus deiner Erfahrung so eine Top-5-Liste oder so? Nein. Nein, Mikronährstoffe gibt es tausende. Natürlich ein paar wenige wichtige oder wichtigere. Vitamin D oder Omega-3-Fettsäuren, Vitamin C. Das sind wichtigere als andere. Aber letztlich, wenn Chrom fehlt, wer weiss schon, dass wir Chrom brauchen. Ein Mangel an Chrom führt zu Diabetes. Wir haben eine riesige Diabetes-Welle. Das nimmt zu auf der ganzen Welt. Das hat natürlich mit der Überzuckerung zu tun, aber auch mit Chrommangel. Ich kann dir nicht sagen, diese fünf sind die wichtigen. Wir brauchen möglichst alle. Deswegen ausgewogene Ernährung. Wenn nötig, eben auch breite Ergänzung von zusätzlichen Mikronährstoffen. Nur hast du gefragt nach wissenschaftlicher Evidenz. Ja, selbstverständlich. Es gibt, wenn man die Studien anschaut, nehmen wir Kurkuma als Gewürz. Da sind mir weit über 10'000 Studien gemacht worden. Die kann man nachschauen auf der Webseite papmed.gov. Zum Teil gibt es über diese Mikronährstoffe mehr Studien als über Medikamente. Aktuell wird sehr geforscht, auch in Universitäten. Ich weiss, dass Universität Lausanne forscht. Das sind andere in Deutschland, wo geforscht wird über Magnesium, Selen, Zink, Vitamine, andere Spurenelemente. Also die Forschung ist enorm fortgeschritten, hoch wissenschaftlich, universitär. Aber die Resultate sind noch nicht in die Medizin eingedrungen. Hast du da einen Ansatz, wieso das der Fall ist? Ja, weisst du, ich arbeite elf Stunden, komme nach Hause, müde, brauche dann mein Bier. Und jetzt soll ich noch Studien lesen? Nein, aber einfach die Kraft nicht. Also die meisten Ärzte beziehen ihre neuen Kenntnisse aus den offiziellen Weiterbildungen. Und man mag nicht noch, sich mit Themen zu befassen, die jetzt im Moment nicht wichtig erscheinen. Und in den offiziellen Weiterbildungen kommen leider solche Themen, Mikronährstoffe, nicht vor. Zurück zu den Nahrungsergänzungsmitteln. Können die auch schaden? Sprich zum Beispiel, gibt es eine Überdosis? Ja, bei sehr hohen Dosen, natürlich. Die Dosis macht das Gift. Das ist ein bekannter Spruch. Paracelsus. Du kannst einen Menschen umbringen mit Karottensaft, mit Vitamin-A-Vergiftung. Das ist möglich. Also es ist überall eine Frage der Dosis. In normalen Dosen, wie sie auf dem Markt vorkommen, da passiert niemandem etwas Negatives. Gibt es potenzielle Probleme mit Kombinationen von Nahrungsergänzungsmitteln? Ja, gute Frage. Das werde ich von Patienten praktisch täglich gefragt. Die sagen, jetzt nehme ich schon drei oder jetzt möchte ich noch, sagen wir noch eine Aronia oder eine Weihrauchkapsel dazu nehmen, darf ich das? Eine gute Frage. Woher kommt aber diese Frage? Sie kommt von Medikamenten. Es ist uns bewusst, ich habe drei Medikamente. Ein viertes könnte zu Interaktionen führen und mir schaden. Dort stimmt es, weil das sind chemische, fremde Substanzen, die unser Körper nicht einfach so verarbeiten kann. In der Natur gibt es keine Interaktionen. Das ist eben genial. Denk mal an eine Gemüsesuppe. Jetzt hast du da schon drin, Sellerie und Lauch und Kartoffeln und Karotten. Darf ich jetzt hier noch Kohl hineingeben? Überleg dir das mal. Niemand würde dir diese Frage stellen. Im Alltag, zu Hause. Da kannst du alles zusammenmischen. Ein Topf. Ob du fünf oder zehn Gemüse da drin hast, das spielt doch keine Rolle. Also in diesem Sinne gibt es im Nahrungsergänzungsbereich keine Interaktionen, die sich gegenseitig schaden. Das ist ein gutes Beispiel. Die Nahrungsergänzungsmittel werden ja meistens synthetisch hergestellt. Das heisst künstlich hergestellt. Für mich als Laie heisst es, will ich wirklich noch mehr synthetisches Material und Chemie in mich reinpfeifen? Was sagst du dazu? Es kommt jetzt schon sehr davon, wovon wir reden. Die Vitamine, die werden häufig synthetisch hergestellt. Vitamin C als gutes Beispiel. Die Ascorbinsäure, das ist Vitamin C aus der Fabrik. Wenn du einen Apfel isst, dann hast du natürliches Vitamin C. Das Molekül ist genau das Gleiche. Aber die Wirkung in der Natur ist nicht die gleiche. Einfach natürlich produzierte oder natürlich entstandene Moleküle haben etwas, das ist nicht davorsteht, etwas Feinstoffliches. Da ist Information dabei. Das kann man nicht messen. Es ist ganz schwierig, das zu erklären. Es gibt auch gewisse Schwingungen in einem natürlichen Molekül, das eine Energie enthält. Das synthetische Ascorbinsäuren-Molekül ist wie tot, obwohl es dasselbe ist. Hier gibt es Unterschiede. Aber jetzt reden wir von Vitaminen, die oft künstlich hergestellt werden. Darum wäre es dort schon wichtig, die natürlichen zu nehmen. Das kommt dann aus der Acerolakirsche, das Vitamin C, aber das kostet zehnmal mehr. Da ist immer die Frage, wo will man sich das leisten? Aber jetzt nur, zum Beispiel Magnesium oder alle diese Spurenelemente, die kannst du nicht künstlich herstellen. Die sind in den Pflanzen drin und im Boden drin. Die muss man irgendwoher gewinnen aus Orangenschalen oder irgendwelchen Abfallstoffen. werden diese Materialien gewonnen. Und bei Nahrungsergänzungen, die ganze Pflanze enthalten, sagen wir Aronia-Extrakt oder ein Weihrauch-Extrakt, da hast du eine komplette Pflanze, da ist überhaupt nichts synthetisch. Da muss man einfach, also nehmen wir Aronia-Extrakt, da wird der Dresd, man presst die Beeren aus, macht Saft daraus und die Rückstände, die Dresd, die werden dann in Alkohol eingelegt, sodass sich alle Stoffe lösen und am Schluss wird der Alkohol wieder verdampft und zurückbleiben. Die Nährstoffe, die schon einmal in der Beere drin waren, völlig unverändert. Also das ist ein hundertprozentiges Naturprodukt. Gut, das war's mal für den Moment. Thema Nahrungsergänzung. Danke für die Ausführungen und tschüss.